Seine Neugier oder seine Fresslust haben am Dienstagnachmittag einen Hund in Bremgarten in eine müßliche Situation gebracht. Er blieb mit dem Kopf zwischen Gitterstäben stecken und musste von der Berufsfeuerwehr Bern befreit werden. Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Bern durch die Kantonspolizei Bern darüber in Kenntnis gesetzt, dass am Hölzliweg 12 in Bremgarten ein Hund mit seinem Kopf zwischen den Gitterstäben eines Eingängsturs feststecke. Der Pionierzug, besetzt mit vier Feuerwehrleuten, traf am Einsatzort auf die aufgeregte Besitzerin und ihren feststeckenden Borderkolli. Mit dem Rettungsspreizer konnten die Stahlstäbe auseinander gedrückt und somit der Hund unverletzt befreit werden. Die überglückliche Hundehalterin wurde, zusammen mit ihrem Vierbeiner, von einem anwesenden Gemeindebürger nach Hause begleitet, wie die Berufsfeuerwehr Bern ausführt.